Tief Annelie bestimmt zunächst noch das Wetter mit kühlen Luftmassen und dann kommt der große Wetterwechsel in der zweiten Wochenhälfte, strömt von Norden her aus dem Hochdruckgebiet Hannelore, polare Kaltluft zu uns herein, die Temperaturen gehen deutlich zurück, Winterwetter stellt sich ein, es gibt ein bisschen Schnee und zum Teil sogar Dauerfrost. Jetzt aber ist es noch relativ mild, die Temperaturen in der Nacht bei 6 Grad, es ist sehr windig, es ist sehr regnerisch und in der Nacht kommt noch wärmere Luft hereingeströmt, deshalb steigen die Temperaturen zum Morgen hin erst einmal an. 8 Grad morgen früh, 9 Grad am Vormittag, 10 Grad morgen Mittag, also noch weit weg von Schneeflocken, dazu weht ein frischer und im Böen starker bis stürmischer Wind aus westlichen Richtungen. Es gibt zeitweise Regen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, die Sonne versteckt sich hinter dichten Wolken, abendliche Temperaturen bei 8 Grad. Über den Mond muss man keine Worte verlieren, denn der ist eh nicht sichtbar. Worüber man reden muss, ist diese weiße Landschaft, denn es wird winterlich in der zweiten Wochenhälfte, am Donnerstag dichte Wolken, bei 5 Grad noch ein bisschen Regen, am Freitag eine Grenzwetterlage. Es können 5 Grad plus sein, es können 0 Grad sein, es kann langanhaltend regnen oder es kann auch längere Zeit schneien. Im Moment mache ich mal Schneeregen draus, die Temperaturen am Samstag bei knapp über 0 Grad, es fällt ein bisschen Schnee und dann tauchen wir in wirklich winterliches Wetter ein. Minus 3 Grad in der Nacht zum Sonntag, 0 Grad am Tag, ein bisschen Sonnenschein immerhin und ab und zu ein bisschen Schnee.